So Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video von PokerTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar müssen wir einmal eine Truhe, einen Heilgegenstand und einen Schildgegenstand markieren. Die meisten wissen noch nicht, wie man markieren kann. Und es gibt einmal, wie gesagt, einen Medikid, also einen Heilgegenstand, einmal eine Truhe, wo man Kisten findet, so alles, Waffen und so alles, und einmal ein Schild zu tragen. Und zwar, was wir machen müssen einfach, ist nur, ihr müsst in einem Match, wie gesagt, oder im Laufe eines Matches oder irgendwann, wie gesagt, müsst ihr ein Medikid finden, ein Band finden, egal was. Einfach dann einmal nach links drücken, Pfeiltasten nach links drücken. Dann einmal bei der Kiste, bevor ihr aufmacht am besten noch, einmal links drücken, einmal wieder, dann erst aufmachen, weil sonst könnt ihr es nicht machen, glaube ich, oder? Ne, das ist nachdem, nachdem die Kiste aufgemacht ist, geht es nicht mehr, wie gesagt. Also vorher, bevor ihr aufmacht, dann aufmachen, wie gesagt. Dann, bei einem Schildtrank oder bei Minis oder bei einem Schildtrank auch einfach links drücken. Wenn ihr nicht versteht, wie das geht, ich habe unten mal in der Videobeschreibung erklärt, wie es funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, Leute. Lasst euch gerne kostenlosen Abrunder, leistet euch gerne ein Like da. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Euer PukerTV. Peace out. Bis zum nächsten Video.